ok verbesserungen um schaden mussten müsste mal ein bisschen der wenn es wenn nicht schlecht also verringerung des schadens kampf müsste man ein bisschen munition level schnelles nachladen wäre auch nicht schlecht das bricht dringend schnelles nachladen 2 warum nicht schnelles nachladen 3 warum nicht ok ist gar nicht 6000 habe ich jetzt noch nahe kampf muskeln etwas weiter geworfen sehr schön und wieder alles geht ausgegeben so zum gern griff ja das muss man weiss machen das muss man dem blogger meistens woher first i've heard of it right i hadn't called you yet so what's this meeting about i don't know but it says it's a problem that stag is dragging their feet on so he's looking for outside contractors how does he have your number i've dealt with the man before he's a powerful connection to have in steelport if you say so you'll see die waffe ist fast alle deswegen müssen wir zum shop können wir das noch unterwegs machen zum nächsten fern die feier nochmal ist sowieso auf dem weg da fährt eine demo ich gern genommen hätte ich könnte noch was noch kriegen fast was ist gerade passiert was zum ich habe nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht ich kann einfach sagen ich kann mich nicht als ob es kommt oder ich kann mich nicht so ich kann mich nicht ich entschuldige ich habe nicht nicht ich ichиях wenn du die Der Scheiss hat auf den Waffenladen. Und gerade eine Bange Leute noch fahren, das ist es auch. Ja. Anders seltsam. Ich gehe mit meiner Ampel und meine Ampel mit mir. Ab hier wird es stressig. Wo wohnt der Bürgermeister, neben uns oder? Wie kommt es, dass wir hier zum Umfeld fahren? Wo kommt er zu uns, der Bürgermeister? Ne, der wohnt ein bisschen woanders. Ach komm, schau Leute. Fahre ich ein bisschen rückwärts. Und wieder vorwärts. Angekommen. Angekommt. Angekommt. Was erwartet wir? Wir gehen nicht in da, bis du versuchst, dass du schön spielst. Bist du ernsthaft? Repeat nach mir. Nicht mit dem Bürgermeister. Schau, liebte. Ich werde mit dem Bürgermeister denken. Das ist das. Oh, da fehlt schon Werners mit dem Major. Das ist das, was du sprachst? Burt? F***ing Reynolds? Wer könnte diese Stadt rückwärts? Besonders, ich liebe meine Mitglieder. Sir, ich bin ein großer Fan. Entschuldigung. Viola sagt, die Saints haben einen neuen Spiel in der Stadt, wenn das der Fall ist. Uh, ja, großartig. Was musst du? Ich habe ein Zombie Problem, den ich... Wait, ein was Problem? Zombies. Du meinst, die Metaphorikamente, die Celebrity Obsessed Media-Drugged Masses? Ja? Das ist nicht Los Angeles. Ich erzähle dir das später. Du kennst das? Was sagst du? Was sagst du, Kind? Undead clean-up ist nicht genau in unserer Wielhaus. Aber wir geben es ein. Wollt ihr Angst? Wollt ihr Angst, die Stag? Du fühlst wie ich noch nie ausmacht eine Paramilitarie Organisation vorher. Call me, wenn es fertig ist. Hm. Er hält sich also aus. Du musst einen Sticker in die Liga haben. Na ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen... Zombie-Job. Begib dich in die Party in die Zone. Okay. Aber ich dachte, wir nehmen den, der da oben draufstehen. Und gleich mit. Ach komm. Straßensperre errichtet. Hey. Was machen der hier? 400 Meter. Schauen wir mal zur Not noch zu Fuß. Nicht, wenn wir so angegriffen werden, aber... Ja. Hier kommt vorliegweise schon ein Stack-Wahrzeug. Was wir benutzen können. Au. Wir haben auch noch keine Munde drauf, aber was soll das? Ah ja. Für meine Kontakt in Stagg. Es sind drei Container, die das Virus in den Luft verlieben. Sie müssen in Wasser verliebt werden, um zu neutralisieren. Denkst du, dass du das konzentrieren kannst? Herr Reynolds, Stagg hat mir nur das Werk, das ich brauche. Schöne Maske. Okay. Auflade Waffen. Ich versenke die Gefahrgutfässer. Oh nein. Werden wir fressen. Das ist schlecht. Wohin soll ich die versenken? Gefahrgutfässer. Okay, da muss ich lang. Ähm. So. Geht mal weg. Weg und durch. Baaah. Kleine Mahnen bleiben von ihm übrig. Gehen sie so langsam. Matsch. Ah, da ist ein Gefahrgutfass. Oh, oh. Ich muss nicht immer rausklocken. Nein. Nein. Steh auf. Äh. Ja. Ah, Apokalypse wäre ich tot. Ich bin am Marsch. Rein da. Das ist meine Mission. Und überleben. Okay, das erste Mal. Geschafft. Geht. Jetzt müssen wir uns selbst noch versinken. Na toll. Und nun. Kommen wir hier nicht mehr hoch. Genau so. Oh, warte. Die sind aber schnell. Ähm. Ich brenne. Ich habe meine Waffe nicht mehr. Was ist jetzt los? Was passiert? Was passiert? Ich kann nicht steuern. Oh, die Crap. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne schon wieder. Okay, ich renne davon weg. Ähm. Ja, richtige Richtung. Aber. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Begebe dich zu, Viona. Warum genau bringt das hier nichts? Warum habe ich nur einen getötet? Heilige Scheiße. 90 Meter noch. Okay. Äh. Hier in die Richtung. Holy fucking shit. Nein. 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 Oh shit, 30 Meter noch. Ey, ich hasse dieses Level. Ey, ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Ich bin am Arsch. Wie das ruck geht zwischendurch. Heilige Scheiße. Warum, warum ich noch nicht tot bin, weiß ich auch noch nicht. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Die Zombies, ja sehr schön. Er wird ganz gern hier oben bleiben. Na toll, kommen wir wieder unten. Senkt die Gefahrhutfässer. Eins, zwei, drei. Ja toll. Hinter mir sind wahrscheinlich wieder hunderte her. Leckt mich. Leckt mich. Ich kann nicht alles gleichzeitig zum Ziel laufen und alles abschießen. Es war ja erfolgreich. Zack. Und zack. Was passiert hier schon wieder? Ein großer Zombie. Leertaste. Ähm. Ein Oleg Zombie. Ich bin sowas für tot. Nein, 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 nein. Ich muss mal den großen ausschalten. Und die kleinen. Ich kann den großen. Ich kann den großen gar nicht ausschalten, weil ich hier zu viele kleine habe. Ich bin sowas. Versenkt das Teil. In der Taste. Was ist der? Verdammt. Nein, nein, nein. Ich lasse Zombies. Haben wir die großen ausgeschaltet jetzt? Wir laufen beim Ufer lang. Problemenjobs. Oh nein, 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 nein. Weg hier! Hinter mir sind wahrscheinlich Monster Zombies Da muss ich hin Ich gehe mal rein und ein bisschen schießen Ich entferne mich wieder Ist nicht gut Okay, sie hilft mir jetzt Sie ist schon Teil des Teams Okay, wir müssen schon dort lang 25 Sekunden hatten wir dafür Zeit Ja, das ist schlecht Öffne die Tür Welche Tür? Ist der auch noch? Verdammte Tür, wo ist die? Verdammte Scheiße! So kann ich keine Türen öffnen Schütze Viona, das ist toll wenn ich selbst ranne Was ist das für Sie? Wer ist das für Sie? Wer ist das für Sie? Wo ist sie? Wo ist die Tür? Da drüben! In 15 Metern Könntest du noch bei mir bleiben? 2F... Bitte was? Wo ist sie? 5 Sekunden tot Verkackt Ich hatte ein anderes Level Ist das kacke Ok, ich muss noch ein drittes Fass Das hat hier sehr viel gebracht Wir haben ja ein paar Fans Ok, irgendwie haben wir das dritte Fass jetzt Fertig 200 Meter zu Fuß Das wird spaßig Oh nein Ähm, ich muss hier by the way nochmal aufräumen Ja, schön hier Ja, schön hier Eine Minute, ich muss hier nicht auf Über das Tor einfach zu ziehen Ja, ich auch, aber ich muss jetzt mal gerade Wir kuscheln später Wir kuscheln später Wir sind alle gleichzeitig vor dir Wir sind alle gleichzeitig vor dir Und wo ist die, die ich beschützen muss? Das habe ich noch nicht kapiert Ach, fick dich Der eine zum hier Der eine zum hier Der eine zum hier Ich muss erst mal selbst klarkommen Schütze Yoda Am Arsch Ach, das ist Yoda Ach, das ist Yoda Ich schaue nach dem Hörn Du hast ihn auf Was kann möglicherweise weg Oh 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 Das war... unnachlich Oh, können wir uns aufhören Das ist nicht richtig Erste Zeit Guck dich nicht zu schnell um Ja, ja, aber wo? Du gibst dich zu Yoda Du wurdest im Fick Hier ist sie, oder? Holy crap Okay Okay Fässer Ich habe die Gefahr Gut, Fässer Okay Da ist noch eins Ich steig hier gleich wieder Unverlemmt Da ist das Gefahr gut was Das ist meine Mission Sollte nicht so viele mitbringen Hier sind genügend Sollte nicht so viele mitbringen Hier sind genügend Wie wer durch den Sauna wirkt Wie wer durch den Sauna wirkt Ist auch schön Ich brenne Dieser einverfickte Zombie Was passiert hier? Und wohin soll ich das versenken? Das scheiß Ding Ich sterbe hier und ich verbrenne hier Was passiert hier? Was passiert hier? Das werden ja ein Fixer hier von mir Wohin muss das verfickte Fass? Wo ist der verdammte Hafen? Wo ist der verdammte Hafen? In die Richtung es ausschaut Wo ist der verdammte Hafen? Ich habe hier keine Orientierung wo der nächste Hafen ist Ich habe hier keine Orientierung wo der nächste Hafen ist Ich bringe das hier erstmal um die Ecke Ich bräuchte hier mal ein bisschen Unterstützung Auf der offenen Straße war das keine gute Idee Wo ist die verdammte Brücke wo wir hin müssen? Wird überrannt Holy Crap Sollen wir jetzt genau deswegen verlieren Als ob Nein, 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 nein Immer so ein einziger Zombie hier Ich will das Spiel mich verarschen Ich müsste jetzt mal hier den Container Leute, ich lasse dieses Spiel im Container. Manchmal ist dieses Spiel echt extrem. Gewisse Ungenauigkeiten. Jetzt brenne ich wieder. Warum brenne ich? Warum? Was hat das für einen Grund? Fickt euch. Den mal ein bisschen bewegen. Ein paar Meter weit schleudern, wenn wir gegen Zombies kämpfen. Ich muss hier mal ein paar Minuten Ruhe, damit ich hier mal den scheiß Container schleudern kann. Nein. Ach, leckt mich doch am Arsch. Fickt euch. Fickt euch. Sie ist auch nicht wirklich eine Hilfe. Alter. Kann ich bitte eine Stichwaffe haben oder so? Und großen Hammer? Danke. Da oben ist die Brücke. Wie viele sollten hier noch kommen? Ja. Das hält das doch fest. Das ist meine Shorts. Ich liebe das. Am Arsch. Das kommt hier nie wieder raus. Ich ruke mich zu Tode. Mal kurz in die falsche Richtung schießen. Ich liebe es. Hänge ich so an einem kleinen Zombie. Ja, schieße es wieder zurück. Warum nicht? Läck mich. Leck mich. Leck mich. Den hatte ich. Läck mich. 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 Läck mich ich habe einen Fan, einen einzelnen warum hat das nicht die mit erwischt am anfang haben die noch getroffen die treffer könntest du mir helfen kollegen es wäre mir ganz lieb ich bin gerade ein bisschen feindert als ob das nicht getroffen hat wie dicht muss ich dran stehen um die zu treffen am Arsch von hinten und vorne darf jetzt mal vielleicht die hier bin ich froh, wenn ich das Level immer geschafft habe tja, da ist die Brücke weh, da gab es irgendwie einen Weg, das noch in ein näheres Gewässer zu schießen weh, da war was in der Nähe am Arsch ihr hohen Söhne geht sterben, ihr untoten Bastarde jetzt einfach über die Planke hier danke, rüber hier ja 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 ja